Musik Warum Romeo? Die ersten 8 Schritte 2 Kickball Change bitte rechts Den rechten Fuß nach vorn kicken An den linken ran und den linken etwas nach vorn Das gleiche noch einmal Rechts nach vorn kicken An den linken ran und den linken etwas nach vorn Jetzt setzen wir den rechten Fuß nach vorn Machen eine halbe Linksdrehung Setzen den rechten Fuß nach vorn Und machen wieder eine halbe Linksdrehung Diese 8 Schritte noch einmal Eins und zwei Drei und vier Fünf Sechs Sieben Acht Die nächsten 8 Schritte Eine B-Freihe nach rechts Den rechten zur Seite Den linken dahinter Den rechten zur Seite Den linken kreuzen wir über den rechten Dann setzen wir den rechten Fuß zur Seite Machen ein Hitch Also das linke Knie hochheben Die linke Fußspitze zur Seite Und noch einmal das linke Knie hochheben Ich zeige diese Schritte noch einmal Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Und diese 8 Schritte werden jetzt spiegelverkehrt gemacht Den linken Fuß absetzen Den rechten dahinter Links zur Seite Rechten Fuß vor den linken kreuzen Den linken Fuß zur Seite Knie hochheben Wieder zurück Und noch einmal das Knie hochheben Ich zeige jetzt diese 16 Schritte noch einmal im Zusammenhang Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Und alles von vorn Eins und zwei Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Die nächsten 8 Schritte Wir setzen den rechten Fuß zur Seite ab Schwingen unsere Hüfte zweimal nach rechts Zwei mal nach links Und dann kommt rechts, links, rechts, links Noch einmal Das war der Ausgangspunkt Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Und alles von vorn Eins und zwei, drei und vier Fünf, sechs, sieben, acht Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Die nächsten 8 Schritte Wir setzen die rechte Fußspitze vorn auf Ferse runter Die linke Fußspitze aufsetzen Die rechte Fußspitze aufsetzen Ferse runter Und noch einmal die linke Fußspitze aufsetzen Und Ferse runter Noch einmal Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Und alles von vorn Eins und zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben, acht Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Die nächsten 8 Schritte sind 2 Jazzbox jeweils mit einer Vierteldrehung Wir kreuzen den rechten Fuß über den linken Den linken Fuß nach hinten Jetzt machen wir eine Viertelrechtsdrehung Und setzen den rechten Fuß nach vorn Und den linken Fuß nach vorn Das gleiche noch einmal Den rechten Fuß über den linken kreuzen Den linken Fuß nach hinten Viertelrechtsdrehung Und den linken Fuß nach vorn Und diese 8 Schritte noch einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Und alles von vorn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Die nächsten 8 Schritte Wir kicken den rechten Fuß zweimal nach vorn Machen ein Coasterstep Rechten Fuß nach hinten Linken ran Es kann auch ein Chacha auf der Stelle sein Und das gleiche noch einmal Linke Fußspitze zweimal nach vorn setzen Und ein Coasterstep Ich fange alles noch einmal von dieser Seite an Von vorn 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Die letzten 8 Schritte Wir setzen die rechte Fußspitze zur Seite Kreuzen den rechten Fuß vor den linken Linke Fußspitze zur Seite Vor den rechten Kreuzen Rechte Fußspitze zur Seite Vor den linken Kreuzen Und noch einmal die linke Fußspitze zur Seite Und zum Schluss den linken Fuß neben den rechten Absetzen Und das Gewicht ist auf dem linken Fuß Die 8 Schritte noch einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Und alles von vorn 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Und jetzt beginnt der Tanz wieder von vorn.